Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mama! Ray! Ich dachte, ihr wolltet erst morgen wiederkommen. Guten Tag. Hallo, Randy. Nachts. Wie war es in der Karibik? Wo ist dein zweiter Schuh, Charlie? Ich bin Randy. Freut mich, Sie kennenzulernen, Sir. Ja. Randy ist vorbeigekommen, äh, weil, weil wir, weil er... Weil er was tun wollte. Die Musik so laut aufdrehen, dass wir alle taub werden? Äh, es war sehr nett, Sie wiederzusehen. Ich hoffe, Sie haben eine schöne Hochzeitsreise. Ich hab gerade tolle Schokoplätzchen gebacken. Ich hol euch welche. Wiedersehen, Charlie. Wiedersehen, Randy. Guten Abend, Mrs. Krabs. Ist Charlie fertig? Ja, in ein paar Minuten. Kommt doch rein. Komm. Hallo, Mrs. Krabs. Guten Abend, Randy. Oh, Marni, nett siehst du aus. Danke. Hallo, Randy. Mr. Krabs. Charlie, deine Freunde sind hier. Du willst also heute Abend mit Charlie tanzen gehen, hm? Ja, Sir, Mr. Krabs. Und wann lieferst du sie wieder ab? Naja, die Veranstaltung dauert mindestens bis Mitternacht. Ich fürchte, du musst dich etwas früher auf den Heimweg machen, falls du sie rechtzeitig nach Hause bringen willst. Charlie hat nur bis Mitternacht Ausgang. Mitternacht? Mitternacht. Das ist kein Problem, Sir. Ich verspreche es Ihnen. Ich hoffe, dass du nichts trinken wirst. Oh, nein, Sir. Ich trinke nie etwas. Ich wünsche nicht, dass Charlie von jemandem gefahren wird, der getrunken hat. Ist das klar? Ja, Sir. Hallo, Randy. Hallo, Marni. Hallo, Charlie. Du siehst toll aus, Charlie. Danke. Das ist aber sehr nett von dir. Danke, Randy. Es ist wirklich wunderschön. Wir sollten jetzt besser gehen. Ja, es wird spät. Gehen wir. Wiedersehen, Mama. Hat mich sehr gefreut, Mr. und Mrs. Krabs. Ganz meinerseits. Viel Spaß beim Tanzen. Und, Randy, vergiss bitte unser Gespräch nicht. Ganz bestimmt nicht, Sir. Ich kitzel dich doch gar nicht. Was ist hier los? Was macht ihr hier? Mr. Krabs. Lass ihn sofort los. Ich muss ihm den Hals umdrehen. Halt den Mund. Du verschwindest jetzt von dieser Ranch und lass dich hier nicht mehr blicken. Und falls ich dich nochmal mit Charlie sehe, wirst du es bereuen, junger Mann. Und jetzt raus mit dir auf der Stelle. Ja, Sir.